Herzlich Willkommen beim Veranstaltungsservice Lampe und herzlich Willkommen zur schnellen Besichtigungstour durch unseren mittelgroßen WC-Wagen Marie. Egal ob Hochzeit, Betriebsfest, Schützenfest oder VIP-Veranstaltung, mit diesem Toilettenwagen haben Sie die Visitenkarte Ihrer Veranstaltung und das Gesprächsthema für Ihre Gäste. Zwei Abteile, ein Herrenabteil, ein Damenabteil. Hier befinden wir uns gerade im Herrenabteil, welches mit vier Originalbecken und einer Toilette für den Herren ausgestattet ist. Dieser Toilettenwagen verfügt über eine klangvolle Musikanlage, eine Wohlfühlheizung für den Innenbereich und eine Schlauchbegleitheizung für widrige Temperaturen im Winter. So, ja hier sehen Sie auch gleich die Heizung für den Innenbereich unter dem Waschbecken angebracht und hier geht es dann in die Herrenkabine. Kaum waren wir im Herrenabteil, sind wir jetzt schon im Damenbereich. Hier auch ein Waschbecken mit der zugehörigen Wohlfühlheizung und eine von drei Damenkabinen. Der Blick in das Innere der Damenkabine und vielleicht noch ein Blick, ja hier auf der linken Seite sehen Sie jetzt die drei Kabinen aneinandergereiht in den Damenbereich. Ich hoffe, Ihnen hat unsere kleine Besichtigungstour durch unseren VIP-Toilettenwagen Marie gefallen. Wenn Sie weitere Infos benötigen, rufen Sie mich gerne an oder informieren Sie sich auf unserer Webseite www.toilettenwagenmieten.com. Das soll es von meiner Seite aus gewesen sein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und vielleicht sehen wir uns zum nächsten Mal irgendwo. Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017